So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go, beziehungsweise wir haben wieder eine Informationsfolge für euch rausgekramt. Gestern haben wir ja eigentlich erst was darüber verloren, ein paar Worte, über die Spekulation mit dem Halloween-Event, dass Data-Mine was gefunden wurde, was kommt, was kann kommen. Und der Adi hat einfach mal die Rückwand runtergeschmissen, das ist auf jeden Fall richtig genial. Dann müssen wir es jetzt ohne machen, gut, da seht ihr noch den Rest vom Adi, der hinter mir. Adi, Adi, hopp, Adi, hopp, gut. Bleibt alle sitzen, alles ist ruhig, nichts ist passiert, bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Ignoriert einfach die Sonneneinstrahlung hinter mir, ich mache das jetzt nicht neu. Data-Mine ist das eine, Fakten sind das andere, denn jetzt steht es theoretisch fest, was beim Halloween-Event kommt. Und vorher, bevor wir auf das Halloween-Event eingehen und Meinungen darüber, über die einzelnen Sachen verlieren, gibt es aber noch eine Änderung, Mega-Bisa-Floor geht und verlässt die Raids, plus weitere Änderungen bei Mega-Entwicklungen. Was war da denn los? Habt ihr schon Mega-Bisa-Floor geradet? Sicherlich habt ihr schon den Mega-Bisa-Floor entwickelt? Sicherlich habt ihr euch Mega-Energie gesammelt für Mega-Bisa-Floor? Ich hab's, wie gesagt, einmal männlich, einmal weiblich entwickelt, dann war der Zug für mich durch. Was passiert jetzt hier? Wo ist die Maus? So, Mega-Bisa-Floor, wuhu! Mit dem Start des Halloween-Events am 24. Oktober, heute ist der 20. Um 3 Uhr deutscher Zeit verlässt Mega-Bisa-Floor die Mega-Raids. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Mega-Bisa-Floor nun häufiger in Raids erscheinen. Also wer da unbedingt noch Energie sammeln möchte, kann natürlich jetzt rausgehen, kann das Mega-Bisa-Floor raiden bis zum Umfallen. Ich sehe darin immer noch keinen Sinn, aber macht ihr das mal. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr da drauf Bock habt oder nicht, ob ihr auf bessere Mega-Raids wartet und so weiter. Ich meine, die hatten ja auch ihre Sea-Days, diese ganzen Starter. Ich glaube bei Lucario oder so oder bei Despot, da drehen die Leute wieder durch, wenn man da für Mega-Energie sammeln kann. Aber Bisa-Floor ist natürlich schade für Bisa-Fan-TV, aber... Wer noch Mega-Bisa-Floor-Energie sammeln möchte, kann die Zeit und die vermehrten Raids dafür nutzen. Im Anschluss wird die Mega-Energie für Bisa-Floor auf anderen Wegen erhältlich sein. Feldforschungen mit Mega-Bisa-Floor-Energie? Zeitlich begrenzte Forschung im November. Hm, im November ist also auch schon wieder was da. Außerdem werden in Zukunft weitere Möglichkeiten hinzukommen, wie Spieler Mega-Energie verdienen können. Das war ja auch schon ein Thema im Data-Mine natürlich. Änderungen bei Mega-Entwicklungen. Anfang November werden folgende Änderungen bei den Mega-Entwicklungen vorgenommen. Verdient Mega-Energie durch Spazieren mit eurem Kumpel? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Bisher konntet ihr ja immer nur Bonbons finden. Jetzt könnt ihr also auch Mega-Energie sammeln. Ihr müsst dazu bereits eine Mega-Entwicklung der Familie eures Kumpels durchgeführt haben. Ist also kein Problem. Wenn ich jetzt Mega-Energie brauche, für irgendwann nochmal ein... Nehme ich einfach eins, was ich schon mal entwickelt hatte dafür, dann passt das ja. Sollte jetzt kein Problem sein. Dann erhaltet zusätzliche Bonbons beim Fangen für Pokémon, die den Typen eurer Mega-Entwicklung entsprechen. Für Raid-Bosse gibt es zusätzliche Bonbons. Grundsätzlich zusätzliche Bonbons. Das ist also auch cool. Müsst ihr die aber aktiv haben? Ne. Wenn ihr also den Eintrag habt von Mega-Bisa-Floor und ihr fangt Pflanzen-Pokémon, dann kriegt ihr also mehr Bonbons von Pflanzen-Pokémon allgemein. Wenn ihr alle Dinger aktiviert habt oder mal entwickelt habt, dann kriegt ihr eigentlich bei fast jedem Pokémon dann überall extra Zusatz-Bombons. Das klingt kompliziert. Wenn ihr das rafft, schreibt es mal drunter, wie das gemeint ist. Trainer in ihrer Freundesliste mit einer aktiv Mega-Entwicklung werden gekennzeichnet. Okay. Was hat man davon? Nichts? Dachte ich mir auf jeden Fall auch. Erläuterung, Mega-Gänger. Sofern ihr bereits ein Mega-Glurak-X oder Y entwickelt habt, könnt ihr jedes Glumanda-Glutex oder Glurak als euren Kumpel wählen, um Mega-Energie für Glurak zu sammeln. Solange ihr eine Mega-Entwicklung aber nicht im Pokédex registriert habt, könnt ihr mit Pokémon der gleichen Familie als Kumpel auch keine Mega-Energie sammeln. Wer beispielsweise Mega-Glurak-X Drache und Feuer aktiviert hat, kann in der Mega-Zeit zusätzliche Bonbons für Pokémon der Typen Drache und Feuer sammeln. Also nur in der Entwicklungszeit, dann ist es ja eigentlich schon wieder erklärt. Während Mega-Bisa-Floor die Mega-Raids verlässt, wird Mega-Gänger als neuer Raid-Boss freigeschaltet. Mega-Gänger ist mit Abstand der beste Angreifer vom Typ Geist, egal ob er die exklusive Attacke Schlecker benutzt oder Dunkelklaue. Das wird auf jeden Fall ein Video wieder wert sein, wenn Mega-Gänger in die Raids kommt. Da werden wir sicherlich wieder einen Mega-Gänger-Raid machen, werden euch wieder mitnehmen. Aber auch wenn Giratina weggeht und eben dann das Dark-Ride zurückkommt, werden wir auch wieder eine Dark-Ride machen. Da lade ich euch natürlich dann auch wieder mit ein. Fazit brauchen wir jetzt nicht. Das machen wir mal weg. Jetzt haben wir hier eigentlich noch dieses Halloween-Event, was eigentlich das Wichtigste ist. Das sind kurz die Fakten im Überblick. Wir gehen aber hier wieder bebildert auf die Seite von den Kollegen von Go-Games. Gucken wir uns das mal hier an. Falls irgendwas fehlt, vergleichen wir das mit dem Rest nochmal. So, Event-Details. Pokémon vom Typ Geist erscheinen häufiger in Raids, Eiern, Wild, wusste man. Gengar mit einem Banette-Kostüm erscheinen in Raids. Jetzt natürlich wieder die große Frage. Shiny oder nicht Shiny? Shinux mit Zylinder, was eine Melone war, war Shiny in den Raids. Kyrillia war nicht Shiny in den Raids mit Zylinder. Jetzt haben die Leute gesagt, ja, das ist ja eine Entwicklung, deswegen kann das nicht Shiny sein. Ist aber trotzdem völliger Quatsch, diese Begründung. Gengar war mit seinem letzten Kostüm, als er so einen Partyhut hatte, ist ja auch eine Entwicklung und war Shiny in den Raids. Äh, Radikal hat auch bei dem Event als Entwicklung mit Kostüm, mit einem Hut im Raid sein Shiny-Debüt gefeiert, sozusagen, als Radikal. Und ich verstehe es immer noch nicht. Also, wonach gehen die? Warum war Kyrillia nicht Shiny? Oder hat jemand ein Shiny-Kyrillia mit Zylinder aus dem Event bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare, die meisten lügen eh, können das dann nicht beweisen. Ich denke mal, es wird Shiny sein. Gengar zu Bieris mit dem Lichtel-Kostüm erscheinen wild, soll aber eigentlich auch aus Eiern kommen. Also zu Bieris fangen, ich denke mal schon, dass es Shiny wird. Gengar, denke ich auch, wie gesagt, ihr könnt mal schreiben, was ihr denkt. Gala Makabaya erscheint erstmals im Pokémon Go. In einer exklusiven Spezialforschung könnt ihr Professor Willow dabei helfen, dieses neue Pokémon zu entdecken. Braucht man das, ist das wichtig. Makabaya gab es ja auch nur an Halloween. Auch das Shiny. Jetzt also Gala Makabaya, wo ich mir denke, nicht als Shiny, aber halt als Gala. Fangen wir also ein paar Mal, entwickle das, sei damit durch. Während ihr letztes Halloween-Ultra den Stress hattet und das Shiny Makabaya ergreifen wolltet. Kryptok erscheint in Feldforschungen und in der neuen Spezialforschung. Mit etwas Glück findet ihr ein schillerndes Kryptok und das ist jetzt ganz wichtig. Ich darf hier nicht draufdrücken. Ich dachte wirklich, es ist so, ihr macht die Kryptok-Spezialforschung und bekommt dann einen Kryptok und entweder ist es Shiny oder nicht. Und wenn nicht, habt ihr halt Pech. Aber es steht ja jetzt zusätzlich, dass es auch aus Feldforschungen kommt. Wenn man aber natürlich Feldforschungen dazu hat, wozu braucht ihr dann die Spezialforschung? Warum eine riesenfette Aufgabe, bis ihr das habt, müsst ihr tausend Sachen machen, wenn ihr aus vielen Kleinen jeweils immer auch eins bekommt. Das wird aber auf jeden Fall interessant. Da steht auch direkt dabei, dass es schillernd sein kann. Bei Zubiris und Gengar steht noch nichts dazu. Müssen wir wieder abwarten, was die ersten Tage bringen. Wird ja alles immer gut gepostet. Aber Kryptok, Feldforschungen machen, Kryptok, Shiny jagen, wird auf jeden Fall eine feine Sache. Trainer, die die Mega-Kumpel-Herausforderungen abgeschlossen haben, halten eine zeitlich begrenzte Forschung für Mega-Gänger-Energie. Ihr müsst also nicht unbedingt Mega-Gänger-Rates machen. Ihr könnt die Energie auch so sammeln. Aber einen machen wir auf jeden Fall, um den mal zu zeigen. Und zwei müssen wir ja sowieso wieder entwickeln. Das männliche, das weibliche. Am liebsten natürlich wieder ein Hunderter und ein Shiny. Vielleicht haben wir ja ein männliches Hunderter, ein weibliches Shiny. Dann würde das auf jeden Fall auch passen. Darkrai erscheint in Racer Stufe 5. Finde ich ein bisschen schade. Ja, es wäre cool gewesen, weil letztes Halloween kam Darkrai. Wenn dieses Halloween Darkrai kommt, wieder Shiny, wunderbar. Aber Darkrai haben sie ja mitten im Jahr nochmal gebracht als Shiny. Und schon ist es meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr so krass, ein bisschen überfällig. Warum haben sie es mitten im Jahr gebracht, wenn sie es jetzt da auch wieder bringen? Viele haben damit gerechnet, dass wirklich jetzt was Neues kommt. Einfach dieses rote, komische Ding, was aussieht wie eine Venusfliegenfalle und rumfliegt. Und bin ich leider etwas enttäuscht. Also hypt mich jetzt nicht so krass. Obwohl Darkrai natürlich ein cooles Pokémon ist und viele das natürlich auch noch nicht haben. Werden wir also wieder trotzdem eine Raidmania auch mit Darkrai machen. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Ansonsten Halloween-Feldforschungen, neue Avatar-Items, neue Angebote im Shop, Fotobombs durch Geist-Pokémon. Und ansonsten Boni habt ihr da zweimal Bonbons für das Fangen und zweimal Bonbons fürs Verschicken. Das muss ich dem Üspo wieder sagen. Der freut sich immer, wenn man Pokémon verschicken kann. Das Event startet also am 24. Oktober um 3 Uhr und endet am 4. November um 3 Uhr. Packt euch das mal in euren Event-Kalender rein. Ich freue mich also auf jeden Fall auf Grypuk, Jagd, Darkrai. Freue ich mich auf die Raidmania. Ansonsten wird es da wieder gemütlich zugehen. Ein 98er habe ich glaube ich gemaxed. Wenn noch ein 100er kommt, okay. Aber ich werde jetzt nicht 20.000 Raids am Tag machen. Ich werde den täglichen Raidpass wieder weg machen. Werde dann mich einladen lassen bei der Raidmania, um mit euch da zu raiden. Und ansonsten, solange Gengar und Subiris nicht shiny sein können, wird es da auch ruhig. Sonst macht man halt mit den kleinen Accounts ein paar Gengar-Raids. Und guckt, dass das vielleicht shiny kommt und man sich rübertauscht. Und Subiris wird nebenbei mitgefangen. Ihr habt trotzdem hier, ihr habt da auch noch ein Bild davon. Kostümierte und neue Pokémon. Okay, im Bild zu sehen wird Subiris eine Lichtelmütze tragen. Mann, sieht das lustig aus. Gengar ein Kostüm, das an Banette angelehnt ist. Ach, jetzt steht es doch da hier. Beide dieser Pokémon können auch shiny sein. Also, doch, Gengar-Raids machen mit den kleinen Accounts. Mit dem großen täglicher Raidpass für Darkreihe. Mit den kleinen einfach Gengar-Raids. Fertig. Das wird auf jeden Fall passen. Finde ich immer cool, sowas. Dafür weiß man, warum man einen zweiten Account hat. Und dass man eben nicht nur das macht, sondern sich auch auf das konzentriert. Und hin und her, so kann ich wirklich bei dem Großen die Großen Sachen machen. Bei den kleinen, die kleinen. Die schillernde Variante von Kribbuk wird erstmals, wird ebenfalls erstmals im Spiel erscheinen. Sieht auch richtig interessant aus. Dieses Tür-Kies, was es hier hat. Mega-Gengar wird euch hier angezeigt. Wenn das shiny ist. Wenn ihr ein shiny entwickelt, ist es natürlich dann auch shiny. Ist halt, glaube ich, dann weiß. Sieht auf jeden Fall auch richtig brutal aus. Was? Ach genau, Alola-Knocker-Raider. Das ist das Zweite, was ich noch schlimmer finde, als das Dark-Ride zurück in die Raids kommt. Ist, dass es einen Raid-Tag mit Knocker gibt. Mit Alola-Knocker. Ja, für dich. Für inaktive Spieler ist sowieso alles cool. Aber Alola-Knocker, ich verstehe es nicht. Ich meine, es gab damals den Punkt, es gab schon immer Labras-Raids. Dann gab es irgendwann Labras, was als shiny eingeführt wurde. Und wurde in einen Raid-Tag gepackt. Also haben die Leute gesagt, gut, Labras gibt es jetzt als shiny. Wir machen diesen Raid-Tag. Machen Labras-Raids mit den fünf kostenlosen Pässen. Ihr habt was Neues bekommen, was erstmals eingeführt wurde, sozusagen. Darin habe ich noch Sinn gesehen. Worin ich keinen Sinn sehe, ist, einen Raid-Tag mit Alola-Knocker zu machen. Obwohl es seitdem es Alola-Knocker-Raids gab, es schon Alola-Knocker auch als shiny gab. Ihr braucht also eigentlich keinen Raid-Tag zur Einführung. Es ist ja eh schon seit 100 Jahren als Raid, ach, als shiny im Spiel. Zusätzlich gab es dann das Go-Fest. Die Mehrzahl der Spieler hat sicherlich beim Go-Fest mitgemacht, hat sich ein Ticket gekauft und hat Alola-Knocker wild fangen können, auch ohne Raid, massenhaft. Viele haben da shiny mitgenommen. Das hat für mich, meiner Meinung nach, komplett an Wert verloren. Man hatte jetzt, was weiß ich, zwei, drei Jahre Zeit, Raids zu machen und einen shiny zu bekommen. Man konnte es dann wild fangen als shiny. Warum ein Alola-Knocker-Raid-Tag? Einfach nur wieder für die komplett neuen Spieler? Hätten sie Alola-Knocker-Raid-Tag gemacht mit einem kostümierten Alola-Knocker, dass das was Besonderes wäre dafür und die shiny Jäger da abgehen. Sonst, ich hätte jetzt keinerlei Ambitionen, am Alola-Knocker-Raid-Tag drei Stunden lang zu raiden. Obwohl der Alola-Knocker-Raid-Tag ja eh von 11 bis 17 Uhr, glaube ich, auch geht. Also auch sechs Stunden. Was wollt ihr sechs Stunden einen Raid-Tag machen? Ich, keine Ahnung. Ich glaube, da hätte es bestimmt richtig gute Alternativen gegeben, die man einführen kann, auch spaßigerweise so zu Halloween, aber mit Alola-Knocker, nee, stehe ich auf Kriegsfuß, ne? Also, der Raid-Tag mit Alola-Knocker wurde bereits zum Halloween-Event 2019 angekündigt, wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Offiziell wurde eine fehlerhafte Ankündigung als Grund genannt. Nun kehrt das Event offiziell zurück und Alola-Knocker erscheint häufiger in Raids. Von 11 bis 17 Uhr bei der ursprünglichen Ankündigung wurde zusätzlich die exklusive Attacke Schattenknochen erwähnt. Diese ist aktuell noch nicht angekündigt. Es bleibt also abzuwarten, ob Alola-Knocker eine weitere Attacke erlernen kann oder nicht. Was heißt jetzt, es erscheint häufiger in Raids? Das ist also dann gar nicht so wie bei den Raid-Tagen der anderen Pokémon, dass drei Stunden lang an jeder Arena ein Raid ist von dem entsprechenden Pokémon, sondern es erscheint nur häufiger in Raids. Das ist ja... Was ist das denn für ein Raid-Tag? Warum nehmen die ein Konzept, was sie haben und das gleiche Konzept mit dem gleichen Namen hat dann plötzlich einen ganz anderen Inhalt? Oder es ist genau so, aber es ist wieder komplett komisch ausgedrückt, dass man einfach gar nicht weiß, ja was, wie, wo, also... Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Werdet ihr den Knogger-Raid-Tag spielen? Werdet ihr da tausend Knogger-Raids machen? Oder sagt ihr, nee, kein Bedarf, hab ich vom Go-Face, hab ich von älteren Raids, so... Dann gibt es natürlich auch die Fang-Herausforderung vom Typ Geist. Dieses zusätzliche Mini-Event wurde bereits im Vorfeld angekündigt. Alle Details findet ihr hier. Drift-Lon-Quest-Day. Das ist auch für mich so eine Sache. Was ist der Drift-Lon-Quest-Day? Fang-Herausforderung. Wird es so sein, wie bei Snubbull? Wird es so sein, wie bei Mauzi? Dass ihr also diese Quests am Rand habt und arbeitet die ab und kriegt dann immer Drift-Lon da raus und arbeitet die ab und arbeitet die ab und arbeitet die ab. Ist das ein Quest-Day? Quest-Tag? Das hieß ja eigentlich immer begrenzte Forschung mit Mauzi, mit sonst was, mit hin und her. Es wird bis in einigen Artikeln darüber geredet, als wäre das genau dasselbe. Wir hatten das erst mit Mauzi. Jetzt kommt das zurück mit Drift-Lon. Aber es hat ja schon wieder einen ganz anderen Namen. Es heißt ja plötzlich nicht begrenzte Forschung mit Drift-Lon. Es heißt einfach Drift-Lon-Quest-Tag. Ist es jetzt wieder was ganz anderes? Verstehe ich es nicht. Es hat auf jeden Fall auch denselben Zeitraum von 11 bis 20 Uhr, wo ihr Quests machen könnt. Aber werden die euch angezeigt? Ich blick da nicht durch. Ihr habt den Halloween Cup noch dabei. Der Halloween Cup, genau. Pokémon vom Typ Gift, Käfer, Geist, Unlicht und Fee. vom 26. Oktober bis zum 3. November, deutsche Zeit. Als Belohnung erhaltet ihr die kostümierten Varianten von Bisa, Sam, Shiggy und Glumanda, die es bereits seit dem letzten Event 2019 in Raids gab. Bräuchte ich jetzt nicht. Die habe ich alle schon. Aber wer die noch möchte oder wer einfach gerne kämpft und mal eine andere Herausforderung sucht, kann das gerne machen. Vielleicht werden wir auch mal ein bisschen den Halloween Cup zocken. Wir schauen auf jeden Fall mal rein. Darkrai in Raids steht halt auch noch dabei. Die exklusive Attacke wurde noch nicht erwähnt. Bleibt auch abzuwarten, genau wie bei Alola Knocker. Ich meine, wenn sie es schon jetzt nochmal zurückbringen, dann doch bitte mit einer anderen Attacke. Und ist ja trotzdem ein starkes Pokémon, aber... Einiges finde ich gut. Einiges finde ich komisch. Wie gesagt, Darkrai flasht mich nicht so. Nimmt man natürlich aber trotzdem mit. Was will man sonst raiden? Auf jeden Fall keine Megas. Halloween Cup kann man mal mitnehmen. Driftlon Quest Day. Immer noch ein Fragezeichen. Ist das so wie die begrenzte Forschung? Ist das wieder was ganz anderes? Alola Knocker Raid Tag. Ist das wie immer oder erscheint das nur häufiger? Du bräuchtest zu jedem Artikel noch 50... Was ist denn? Du bräuchtest zu jedem Artikel schon wieder 50 Erläuterungen dazu. Dass Mega-Gänger kommen ist ja cool, aber das wird wie jeder andere Mega-Raid bei mir sein. Ich hol mir männlich-weiblich, dann ist Feierabend. Kubuk wird gejagt auf jeden Fall. Zubiris wird gejagt. Gänger wird gejagt. Diese doppelten Bonbons sind ja eh standardmäßig dabei. Ansonsten... Joa, gucken wir mal, was es sonst noch für Avatar-Items gibt oder für Sachen. Der Marius kauft sich sowieso immer gerne Kleidung im Shop, habe ich gehört. Vielleicht findet er da ja was, wo er als nächstes drauf hinsparen kann. Mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar das Hütchen von Gengar ist das gleiche Hütchen, was der König Boohoo bei Super Mario obendrauf hat. Der ist ja auch ein Geist. Kleine, witzige Anspielung. Ist ja alles Nintendo. Was heißt denn bei dir Hütchen? Nee, das kleine hier oben, das Lelane da. Das siehst du doch gar nicht ganz. Da. Das ist so ein bisschen wie die Krone von Boohoo. Aha. Kenn dir das? Gut. Schreibst du mir in die Kommentare. Das war es aber jetzt, glaube ich, von meiner Seite aus. Boah, das geht schon wieder viel zu lang. Aber ja, der Adi hat mich rausgebracht, weil er mich ja versucht hat umzubringen am Anfang. Wir melden uns beim nächsten Mal einfach wieder. Ich muss heute eigentlich noch das Gewinnspiel raushauen und dann muss eigentlich noch der Stream kommen. Aber ja, schreibt mal eure Meinung zum Halloween-Event rein, jetzt wo ihr wirklich wisst, was es gibt. Ist das cool? Ist das krass? Auf was freut ihr euch besonders? Auf was freut ihr euch gar nicht? Und ansonsten sehen wir uns später. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.